So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist heute Sonntag. Am Samstag Sonntag gab es gar kein Pokémon Video. Was ist da los? Ich reduziere momentan nicht die Preise im Supermarkt, aber ja den Content. Keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr mir so viel Stress antun für nix. Ich möchte einfach mal ein bisschen weniger hier oben und alles. Was aber wichtig war, also wir haben ja trotzdem Raids für Zuschauer gemacht, Samstag 10 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 12 Uhr. Da gab es Negrotzma-Raids für Zuschauer. Wer da Bedarf hatte, konnte da mitmachen. Das war eigentlich auch cool. Wir konnten labern, wir konnten chillen, ich konnte helfen, ihr konntet fangen, ihr konntet raiden. Oldschool, wie damals. Damals war das alles auch ein bisschen ruhiger und damals gab es mehr Streams, weniger Videos. Oder dann irgendwann gab es mehr Streams und mehr Videos und noch mehr Videos und es war zu viel. Es war brutal und so. Und jetzt hast du eh Stress und Ängste und Panikattacken und deswegen musst du reduzieren. Das ist wichtig. Was habe ich jetzt aber für euch noch hier? Ich habe wieder ein Ticket bekommen und zwar ist ja an dem Wochenende das Go-Fest in Madrid gewesen. Deswegen haben wir die Negrotzma-Raids gemacht. Das Go-Fest in Sendai ist ja schon vorbei. Da gab es aber auch eine Ticket-Forschung, wo man Emolga öfters begegnen konnte und eben das Shiny Emolga fangen konnte. Jetzt in Madrid wurde Krabbox neu als Shiny eingeführt. Es gab ein Ticket dazu, das hat mir der Henry Nicky geschenkt. Danke dafür. Deswegen möchte ich auch diese Forschung kurz zeigen bzw. jetzt direkt auch schon abholen. Ich habe immer einen Screenshot gemacht. Diese Forschung, befristete Forschung Bonus Event, die hat sowieso jeder von euch kostenlos bekommen, weil in diesem Sommermärchen, was gerade läuft wegen der Fußball-EM, jeder diese Forschung kriegt. Das Strandrandale war dann aber die Forschung mit dem Ticket und die fand ich cool, denn ihr seht schon, da oben sind zwei grüne Pässe, da unten sind drei grüne Pässe. Da müssten über Krabbox drin sein, vielleicht ist da ein Shiny dabei. Das war das Ticket, das war von Henry und das möchte ich jetzt abholen, zusammen eben mit der Forschung, die jeder hat. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Befristete Forschung Bonus Event endet in sieben Tagen. Wir haben hier fünf Hyperbälle, zehn Hyperbälle, 15 Hyperbälle. Also die Aufgaben habt ihr ja gerade gesehen hoffentlich. Da musste man halt einfach laufen. Ein Kilometer, zwei Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer, 15 Kilometer, erkunden und so weiter. Das war alles, mehr war da nicht. Hier ist noch ein Glücksei drin. Hier oben erscheint ein Pokémon. Hier gibt es von Voltoball zehn Bonkbongs und 10.000 Staub. Ist da jetzt ein Voltoball drin? Oder ist da jetzt ein EM-Pikachu drin, weil irgendwie laufen die Leute mit Pikachu rum, was Deutschland-Ballons hat und ich gerade gar nicht weiß, wo das überhaupt her ist. Also wer, nee, wo, wo gab, wo gibt's, wo gibt's, wo gab's denn das Pikachu mit Deutschland-Ballons? Ich dachte, das hat jetzt hier mit was zu tun. Jetzt ist hier aber nur ein Voltoball drin mit zwei Sternen. Meinigen, okay, nehmen wir mit. Holen den Rest hier ab. Also das ist kein Pikachu. Oder bin ich blind? Habe ich irgendwas verpasst? Stimmt irgendwas nicht. Hier bei den Aufgaben sind auch die restlichen Sachen schon fertig, die da da waren. Verwende fünf Power-Ups und verwende zehn Power-Ups. Ist aber noch machbar. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier schon das Garados als Buddy drin. Wenn wir jetzt mal hier draufhauen. Mein Buddy heißt Henry Nicky, weil der mir ja das Ticket gegeben hat. Gleichzeitig möchte ich gucken, dass ich hier ein Power-Up machen kann. Eins, zwei, drei. Ah, drei. Drei Power-Ups beim Garados kann ich machen. Denn ein kleines Ziel, was ich auf dem Habanero-Account habe, ist auch, dass ich die Pokémon, die eine Mega-Entwicklung haben, als Hunderter haben möchte. Aber nicht wild oder gesniped oder sonst was, sondern aus Kryptos heraus erlösen zu Hundertern, dass das zufällig ist. Und dann hochziehen auf Level 50. Jetzt laufe ich die ganze Zeit also mit dem Garados rum, aber ihr seht, da fehlt immer noch was. Der braucht jetzt 18 XL Bonbons für den nächsten Power-Up. Hat er jetzt nicht. Und das letzte braucht, glaube ich, 20. Das heißt, ich werde für die Aufgabe jetzt meinen Trick machen, den ich sonst immer mache. Ich gehe einfach rein, suche mir das WP, kleinste Pokémon. Das ist in diesem Fall hier Quapsel und werde die restlichen sieben Power-Ups jetzt an diesem Quapsel machen. Habe nur 7.000 Staub ausgegeben. Das ist relativ günstig und habe trotzdem zehn Power-Ups voll. Jetzt kriege ich zwei Raid-Pässe, die ich für das Go-Fest-Gera nutzen kann. Hier jetzt eine Begegnung mit Krabox. Guckt euch die WP an. 573. So, das mit den Höchsten müsste dann das Beste sein. Was haben wir hier? 555. 573 bleibt also das Beste. Was haben wir im Nächsten? 573. Nochmal, also der ist zweimal. Wenn das ein Hunderter wäre, hätten wir jetzt schon ein 200er. 573. 554. Hä, ist ja fast wie 555 auch. Also die wechseln sich immer so ab. Hier haben wir jetzt nochmal drei Premium-Raid-Pässe drin. 20 Krabox Bonbons. Nochmal einmal die Chance auf ein Shiny. Ich glaube zwar nicht, dass da eins drin ist, aber wir hätten trotzdem die Chance auf ein Shiny. Es ist keins. 556. Wir haben 54, 55, 56 und wir haben zweimal die, äh, ja die anderen WP, die halt da standen. So, kann ich hier jetzt noch was abholen? Nein. Kann ich hier was abholen? Nein. Das ist alles fertig. Nächstes Event, was man hier sieht, 21. Den werde ich dann als Unlichtangreifer machen. Aber da könntest du auch Capuno machen. Man wird eh wieder einiges austauschen müssen. So, was haben wir jetzt? Moment, ich muss noch mal kurz bewerten. Auf zuletzt Gefangene haben wir nämlich hier die 554. 555 ist 2 Sterne. 555 ist auch 2 Sterne, äh 56. 573 haben wir zweimal gehabt. Hat 15 Angriff, 14 Verteidigungen und 11 KP. Und der andere sieht genauso aus, also das ist, nee, das hat eins weniger bei Verteidigung, dafür bei KP eins mehr. Aber beides 573. Voltobal haben wir gerade gefangen, wie gesagt. 2 Sterne reicht. Nehmen wir so mit. Dann war das schon jetzt die Forschung vom Henry Nicky und ich muss weiterlaufen mit Henry Nicky. Mir fehlen immer noch XL Bonbons, aber das ist gut, wenn ihr ein Pokémon im Level ein bisschen erhöht, ein bisschen pusht und dann lauft. Hat das eine bessere Chance, XL Bonbons zu finden, als wenn ihr mit einem Level 1er Pokémon lauft. Kriegt das nicht so gut XL Bonbons beim Laufen, erlaufen, wie wenn das Level schon weit oben ist. Deswegen mache ich immer, sobald ich kann, direkt ein paar Power-Ups. Und das ist der Trick bei der ganzen Sache. Wenn ihr das schon kanntet, dann wisst ihr ja Bescheid. Wenn ihr es nicht kanntet, dann wisst ihr es vielleicht jetzt. Ansonsten, was habt ihr gerade so als Buddy? Schreibt es mir in die Kommentare. Das dritte Go-Fest, irgendwo was auf amerikanischem Boden, wird ja auch noch stattfinden. Da wird es dann auch wieder so ein Event geben. Wahrscheinlich auch wieder ein Ticket dazu. Und ich hoffe diesmal einen Blog-Post, weil die letzten zwei hatten keinen Blog-Post. Der Blog-Post kam dann erst nachträglich, als das Event schon angefangen hat, sozusagen. Das hat dann auch nichts mehr gebracht. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out forhaut, euer Ramses. Und danke nochmal an Henry Nicky. Leider kein Shiny dabei, kein Hunderter. Aber danke für die Raid-Pässe. Die sind Gold wert, denn ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 49 Premium-Kampf-Pässe aus Forschungen, beziehungsweise auch, guck mal, ich habe schon wieder 1536 Münzen, Coins gesammelt, aus den Arenen, aus den täglichen Sätzen, nicht mit Geld aufladen. Vielleicht werde ich da irgendwann nochmal eine richtig fette, coole Box mir holen können. Was ist das? Da sind 15, 15 Pässe drin. Die könnte ich sogar einmal holen. Was ist hier? Brutmaschinen brauche ich nicht. Schlüpfbox? Nee. Fanrate-Box? Brauche ich Fanrate-Pässe? Eigentlich auch nicht. Starter-Box? Nee. Also das klingt doch eigentlich gut. Experten-Box. Statt 1500 Coins nur 999 Coins für die Premium-Kampf-Pässe. Aber vielleicht reichen die Pässe. Vielleicht sollte ich auch nochmal meinen Beutel erweitern. Hier 2100 Items und hier 1150 Pokémon. Was soll ich damit machen? Soll ich mir die Box holen? Reichen die Pässe fürs globale Go-Fest? Bestimmt. Wir haben zwei Tage. Sind unterwegs. Ich bin raus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es wird auf jeden Fall immer so ein bisschen, was macht man? Es ist viel komplizierter als früher. Wo du einfach alles hochgeschraubt hast und hast dann einfach nur noch gekauft. Und jetzt musst du mir überlegen, was du damit machst. Zubat. Zubat. Hallo, Zubat. Nein, wir werfen da jetzt nicht drauf. Sonst eskaliert es wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.